Was wollten ihr mal werden, wenn ihr groß seid? Tierarzt! Polizistin! YouTuber! Und du, Alice? Ich werde Berufsschullehrerin! Was ist das denn? Und wie wird man das? Ich zeig's euch! Wenn ich mit der Schule fertig bin, mache ich eine Lehre als Mechatronikerin. Dann kriege ich jede Menge super Angebote aus der Industrie. Soll ich oder soll ich nicht? Das können andere besser. Ich will noch was lernen, um Berufsschullehrerin zu werden. Mir macht nämlich büffeln Spaß. Lerne, wie man ihm und ihr und dir das beibringt, was ihr unbedingt wissen müsst. Mach mir weiter die Finger schmutzig. Ich mag's einfach. Dann mache ich ein Referendariat. Auch Lehrerin will gelernt sein. Herzlich willkommen zu meinem Unterricht. Abschluss! Ich hab ihn! Mein Traumberuf! Ich bin Berufsschullehrerin! Danke, Frau Kollegin! Ich wusste gar nicht, dass du so cool bist. Wenn du mehr wissen willst, ich erzähl's dir. Auf! Ich bin Berufsschullehrerin! Ich bin Berufsschullehrerin! Untertitelung des ZDF, 2020